Die Miete bzw. die Eigentumskosten haben den größten Anteil an den Wohnkosten. Deshalb habe ich 5 Tipps bzw. 5 Fragen für dich vorbereitet, um diese Kosten zu reduzieren. Am Ende des Videos gibt es noch ein paar Tipps für Mieter und für Eigentümer. Dranbleiben zahlt sich aus! Ich bin Marek von Finanzen im Griff und wir starten gleich mit dem ersten und wichtigsten Tipp. Und zwar solltest du ausmisten. Überleg, was du wirklich brauchst und was nicht. Was du nicht benötigst, einfach wegschmeißen, spenden oder verkaufen. Wenn du es verkaufst, hast du natürlich den Vorteil, dass du gleich wieder Geld reinbekommst. Ich habe dir schon ein paar Sachen vorgestellt, wie du Sachen schnell verkaufen kannst. Und zwar Kleidung und DVDs bzw. Bücher. Habe ich beides dazu in einem Video gemacht, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Man weiß ja selbst, dass man sehr wenige Sachen wirklich benötigt, jeden Tag. Manche brauchen nur wöchentlich und manche nur jährlich. Und wenn du es nur jährlich brauchst, kannst du es vielleicht auch ausleihen, wo es dann wieder günstiger wäre, wenn man alles zusammen hochrechnet. Warum? Das werden wir dann gleich sehen, weil ich habe da ein paar coole Sachen umgesetzt. Und jetzt gibt es hier noch ein Gesetz von Parkinson. Und zwar, dass sich die Arbeit ausdehnt auf die Zeit, die zur Verfügung steht. Das heißt, du hast 8 Stunden Zeit und du hast Arbeit x zu tun. Das heißt, du brauchst auch 8 Stunden. Wenn du jetzt aber nur 7 Stunden hast für die gleiche Arbeit, brauchst du auch nur diese 7 Stunden. Das heißt, wenn deine Wohnfläche jetzt größer ist, dann wirst du automatisch mehr kaufen, mehr Sachen einlagern oder hinstellen, weil du ja mehr Platz hast. Hast du weniger Platz, wirst du dir überlegen, wie kannst du diesen Platz effektiver nutzen und somit auch Platz einsparen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch kannst du erst auch mal schon die Wohnfläche reduzieren, die du brauchst. Und ein paar andere Punkte sind auch noch wichtig für die Wohnfläche. Dazu kommen wir dann später. Ich habe hier noch ein paar Tipps in dem Video zusammengefasst. Hier gibt es 6 Tipps für bewussten Konsum. Das heißt, dass du nicht später nochmal in die gleiche Falle tappst und wieder viele Sachen kaufst, sondern wirklich nur die Sachen, die du brauchst. Und habe da schon ein Video gemacht, flinke ich dir genauso unten in der Videobeschreibung. Dann kommen wir zum zweiten Tipp. Du solltest dir immer überlegen, wie viel Wohnraum du für die aktuelle Lebenssituation benötigst. Ich habe mal hier so ein kleines Bild gefunden, was ich ganz gut fand. Du bist ein Baby, brauchst eigentlich noch kein eigenes Zimmer. Bist ein Kind, dann brauchst du schon ein eigenes Zimmer. Dann wirst du erwachsen, ziehst aus in eine WG oder in eine kleine Wohnung. Danach hast du eine Partnerin oder einen Partner. Ihr zieht es zusammen, brauchst wieder mehr Wohnraum. Dann bekommt es die Kinder, brauchst wieder mehr Wohnraum, weil das Kind eigenes Zimmer braucht. Dann wirst du noch älter, die Kinder ziehen aus. Das heißt, du brauchst wieder weniger Wohnraum, weil ja die Kinder ausgezogen sind. Und wenn du noch älter wirst, könnte es sein, dass du zum Pflegefall wirst und dadurch wieder weniger Wohnraum benötigst, beziehungsweise dann Pflege benötigst. Das heißt, du brauchst zwar nur ein Zimmer, aber du brauchst natürlich extra Betreuung, die natürlich wesentlich teurer ist. Dazwischen ist noch zu sagen, dass wenn du dich scheiden lässt, natürlich dann auch wieder der Wohnraum sich verändert. Deswegen bin ich der Meinung, dass man mindestens drei bis fünf Mal umziehen muss im Leben, damit man die optimale Wohnfläche hat. Dadurch kannst du dir einiges an Geld sparen. Natürlich kostet der Umzug auch Geld, allerdings nicht so viel wie eine erhöhte Miete. Ich habe jetzt noch zwei Beispiele für dich. Ich habe über ein Jahr nach einer Wohnung gesucht, da ich einfach sehr hohe Ansprüche hatte. Ich wollte unbedingt ein recht neues Haus haben. Dieses Haus ist hier Baujahr 98 und es sollte mindestens eine Garage haben. Und das war natürlich schwer zu finden. Und ich habe auch gemerkt, dass viele kleine Wohnungen ziemlich teuer sind und etwas größer, etwas günstiger. Und jetzt bin ich hier in einer Wohnung drin, die günstiger ist als die Nachbarwohnung, die aber kleiner ist um, ich glaube, 10 Quadratmeter. Also schon ein großer Unterschied. Und deswegen habe ich die größere genommen und habe auch gedacht, okay, vielleicht finde ich noch eine Partnerin und dann kann man hier zusammen einziehen. Also war der Gedanke schon da an den nächsten Lebensabschnitt, was ein Fehler ist. Das heißt, wenn du jetzt extra eine Wohnung nimmst, die ein bisschen größer ist, um später eventuell mit jemandem zusammenzuziehen, den du noch gar nicht kennst, sozusagen, dann ist es ein Fehler und kostet meistens Geld. In meinem Fall hatte ich jetzt eher Glück gehabt scheinbar, dass es günstiger war und ich immer noch die gleiche Miete habe. Also die haben die Miete seit 2015 nicht erhöht und das freut mich sehr. Also es ist echt eine super Sache und das wird nicht immer so sein, ganz klar. Das zweite Beispiel ist der Christian, der zusammen mit ein paar anderen Familienmitgliedern ein Haus geerbt bekommen und er ist der Einzige, der in dem Haus wohnt. Das heißt, er hat eine Riesenfläche für sich alleine, was er nicht braucht. Der emotionale Wert vom Haus ist natürlich sehr groß, allerdings sind die Kosten auch sehr hoch. Deswegen muss man überlegen, ob man darin wohnen bleibt. Das ist eh klar, genau. Dann kommen wir jetzt zum dritten Tipp und zwar ungenutzte Flächen vermieten. Das heißt jetzt, wenn du ausgemistet hast, dann hast du ja sicherlich einiges an Platz. Das ist die Frage natürlich, wo du Platz hast, ob das der Keller ist oder ob du vielleicht sogar einen Stellplatz frei bekommen hast, so wie ich. Ich habe halt beides vermietet. Mein Keller bekomme ich jetzt aktuell jeden Monat 30 Euro und mein Stellplatz 60 Euro, weil ich es einfach nicht brauche. Ich habe einfach den Keller voll gelassen, habe ein Foto gemacht und es einfach mal online gestellt, ob überhaupt jemand Interesse hat. Wenn ich kein Interesse hat, würde ich es einfach drin lassen und hätte nicht ausgemistet. Also ich habe dann nochmal einige Sachen wegschmeißen können und bin jetzt froh, dass der Keller nicht mehr mir gehört sozusagen und mir einfach ein bisschen Geld einbringt. Das kannst du als Mieter und als Eigentümer machen. Als Mieter musst du unbedingt den Vermieter fragen und natürlich auch einen Vertrag aufsetzen, würde ich dir empfehlen. Wie es genau mit der Steuer abläuft und so weiter, werde ich noch in einem eigenen Video machen, weil ich noch die Steuererklärung machen muss. Und dann schauen wir mal, wie das genau alles abläuft und was ich dann an Steuern noch zahlen muss von den Mieteinnahmen. Nachdem mein Keller vermietet war, ist mir eine ganz wichtige Frage eingefallen, die ich mir schon viel früher hätte stellen sollen. Deswegen stelle ich dir jetzt diese Frage. All diese Sachen, die du im Keller hast, ist es wert, dass du dafür 30 Euro im Monat ausgibst oder 40 Euro, je nachdem wie groß dein Keller ist. Das ist die wichtigste Frage, weil überleg mal, wenn du jetzt diese Einnahme nicht hast, die ich jetzt habe, diese 30 Euro, dann heißt es ja eigentlich nur, dass du jetzt sozusagen 30 Euro bezahlst dafür, dass die Sachen in deinem Keller drin sind. Das ist einfach eine Umkehr von der Perspektive, dass man sagt, okay, ich zahle jetzt dafür eigentlich, weil ich konnte dafür Geld bekommen. Natürlich ist es keine Garantie, dass du deinen Keller vermieten kannst. Deswegen habe ich es ja auch so gemacht, dass ich meine Sachen drin gelassen habe und dann jemanden gefunden habe, der es mieten will und dann erst ausgeräumt habe. Ich habe es verteilt auf meinen Wohnraum. Das heißt, ich habe es in meine Wohnung reingestellt, was ich noch brauche und was nicht, habe ich halt entsorgt oder verkauft. Also das habe ich auch sehr erfolgreich gemacht, wie ich die in diesem Video auch gezeigt habe. Ich habe ein Regal mit Rendite verkauft, hier 26% Rendite mit Schwellastregal gemacht und die Gartenmöbel auch mit Gewinn verkauft, obwohl die halt schon ein paar Jahre alt waren. Also war ein gutes Geschäft für mich. Und die Idee ist auch, dass wenn du weißt, du brauchst jetzt eine andere Wohnfläche, dass du bis die Wohnfläche verfügbar ist, also du eine Wohnung gefunden hast, die passend ist, einen Teil vom Wohnraum bzw. vom Lagerraum vermieten kannst, bis du in die richtige Wohnung kommst. Also es kann nicht dauern, bis man eine Wohnung findet. Wie gesagt, ich habe ein Jahr gebraucht. Vielleicht dauert es auch noch länger, wenn man eine besondere Wohnung haben will oder eine besonders günstige Wohnung. Deswegen ist es sinnvoll, zwischendurch schon mal was zu vermieten und die Kosten gering zu halten. Jetzt kommen wir zur vierten Frage. Wie willst du leben? Zum größten Teil kannst du selbst entscheiden, wie du lebst. Und natürlich wird es nie zu 100% deinen Vorstellungen entsprechen, aber du könntest halt so nah wie möglich rankommen. Wenn du viel reisen und unternehmen willst, wäre es sinnvoller, wenn du eine kleine und günstige Wohnung hast, damit du mehr Geld für genau diese Sachen zur Verfügung hast. Wenn du allerdings gerne und viel zu Hause bist bzw. auch von zu Hause aus arbeiten willst, dann wäre es natürlich sinnvoller. Du hast eine größere und schönere Wohnung oder du hast zwar eine kleine und schöne Wohnung, aber vielleicht mit einer größeren Außenfläche, also Balkon oder Terrasse, wo du da ein bisschen mehr Freiheitsgefühl hast. Das ist, glaube ich, dann recht sinnvoll. Ich persönlich bin froh, dass ich hier eine schöne Wohnung habe, da ich von zu Hause aus viel arbeite und inzwischen ja auch noch 26 Stunden pro Woche als Angestellter arbeite. Aber insgesamt arbeite ich ja an die 60 Stunden pro Woche und das tut mir einfach gut, wenn man halt eine schöne Wohnung hat und die auch noch ein bisschen umbauen kann, ein bisschen schöner einrichten. Und da hat man einfach ein besseres Gefühl, zumindest ist es bei mir so. Und das ist halt eine wichtige Frage, wie dein Lebensstil aussieht. Dazu gehört auch die Frage, ob du kaufen oder mieten willst. Ist auch ein ganz wichtiger emotionaler Punkt, wie ich finde. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei dem einen hat man mehr Eigenverantwortung, bei dem anderen ist man flexibler, ist aber abhängiger von anderen. Deswegen muss man selbst entscheiden, was einem wichtiger ist. Ich habe schon ein paar Vor- und Nachteile aufgezählt in diesem Video hier und habe hier noch andere Videos in dieser Playlist, wo es generell um Immobilien geht. Das heißt Mieten, Vermieten und natürlich auch Kaufen. Ich will noch einen Punkt erwähnt haben beim Kaufen und zwar sollte man den Lebensabschnitt nicht vergessen. Das heißt, man ist jetzt hier mit den Kindern unterwegs, das heißt man braucht viel Wohnraum. Wenn man jetzt einen Kredit für 30 Jahre aufnimmt, dann ist einem klar, dass die Kinder schon ausgezogen sind. Das heißt, man sollte bedenken, dass man vielleicht einen Teil des Hauses vermieten kann. Wenn es eine Eigentumswohnung ist, kann man sie auch vermieten und man selbst zieht eine kleinere. Also dass man das vorher schon überlegt, weil man macht ja einen Vertrag für 30 Jahre. Also muss man auch 30 Jahre nach vorne denken und nicht nur in den aktuellen Punkt, wo man ist. Ich fand es nochmal besonders wichtig, das zu erwähnen und auch nochmal zu erklären, warum die Lebensabschnitte so wichtig sind. Beim Christian ist es so, er wohnt alleine in einem Riesenhaus und hat jetzt natürlich sehr hohe Kosten und sehr viel Aufwand, weil er muss ja das Haus instand halten. Und deswegen kann man nicht erwarten, dass die Kinder genau in das Haus einziehen wollen, was man kauft und auch an diesem Ort bleiben will, was man ausgesucht hat. Da kommen wir auch nämlich jetzt zum fünften Punkt und zwar, wo willst du wohnen? Du kannst ja entscheiden, wo du genau hin willst, willst du in Deutschland bleiben, anderes Land, anderes Bundesland, wie schaut es aus, wo willst du hin? Als ich ausziehen wollte, habe ich überlegt, was mir wichtig ist. Das Wichtigste war mir, dass ich meine Familie zu Fuß erreichen kann. Und jetzt ist es so, ich kann zu Fuß zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meiner Schwester gehen, was kein Problem ist. Allerdings muss ich zur Arbeit fahren. Das heißt, ich habe jetzt 19 Kilometer zur Arbeit. Allerdings habe ich schon beim Auszug daran gedacht, ja, vielleicht wechsle ich den Job wieder, dann bin ich wieder woanders. Dann wäre es halt blöd, wenn ich da eine Wohnung direkt in der Nähe von der Arbeit habe und die nächste Arbeit ist doch wieder ganz woanders. Das war so mein Gedanke. Also bei mir war es wichtiger, dass die Familie in der Nähe ist. Finanziell gesehen wäre es früher besser gewesen, ich würde näher am Arbeitgeber wohnen und später wieder umziehen. Jetzt ist es ja so, dass ich nur noch drei Tage die Woche arbeiten muss. Somit ist der Unterschied, glaube ich, kaum noch vorhanden. Aber wir machen mal die Beispielrechnung und beachten dabei auch noch die Opportunitätskosten. Man könnte sagen, dass die Fahrzeit den Opportunitätskosten entspricht. Wir machen jetzt die Beispielrechnung auf. Du hast zwei Wohnungen zur Auswahl. Die eine kostet 500, ist aber 20 Kilometer vom Arbeitgeber entfernt. Die andere kostet 700, ist aber nur 500 Meter vom Arbeitgeber entfernt. Sonst musst du ja jeden Tag zur Arbeit fahren. Das heißt 20, 22 Tage pro Monat. Und du verlierst ja bei den 19 Kilometern ungefähr eine Stunde pro Tag. Also sagen wir mal 20 Stunden, was du pro Monat an Zeit verlierst, weil du zu diesem Arbeitgeber fahren musst. Bei der anderen Wohnung verlierst du diese Zeit nicht. Wenn du jetzt diese Zeit, anstatt es als Fahrzeit zu nutzen, arbeiten gehst, sagen wir mal einen 54 Euro Job, sagen wir mal, um die Rechnung einfach zu halten, bekommst du 10 Euro. Das heißt, du bekommst 200 Euro, ziemlich genau die Summe sogar, die die Miete mehr kostet. Also nur für die Zeit bekommst du die 200 Euro. Ohne Spritkosten, ohne Bahnticket und so weiter. Das heißt, es ist günstiger, die 700 Euro Wohnung zu nehmen, als die 500 Euro Wohnung. Obwohl es auf den ersten Blick andersrum aussieht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Zeit wird sehr oft vergessen. Man rechnet oft die Fahrtkosten, aber die Fahrzeit wird sehr oft missachtet. Deswegen wollte ich das extra nochmal hier erwähnt haben, beziehungsweise ausführlich erklären. Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen. Wenn nicht, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht ein eigenes Video dazu, beziehungsweise wollte ich es sowieso machen, zu den Opportunitätskosten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich persönlich auch sehr vernachlässigt habe und immer noch zum großen Teil mache. So, jetzt haben wir die fünf wichtigsten Punkte durch. Zuerst musst du ausmisten und überlegen, was du wirklich brauchst. Dann überlegst du, wie viel Wohnraum du für die aktuelle Lebenssituation benötigst. Dann weißt du ja, wie viel Wohnraum du brauchst und hast vielleicht noch ein bisschen Wohnraum oder Lagerraum zur Verfügung und kannst das vermieten. Kannst auch nur einen Raum vermieten bei Airbnb, also sehr viel möglich. Dann musst du überlegen, was für einen Nebenstil willst du haben. Willst du viel reisen, also bist du wenig daheim oder bist du viel daheim und kannst dadurch entscheiden, welche Wohnung du dann genau haben willst. Und wo willst du wohnen? Willst du in Deutschland bleiben? Anderes Bundesland, anderes Land? Willst du nah am Arbeitgeber wohnen? Willst du vielleicht dich selbstständig machen und von daheim aus arbeiten? Das sind ganz viele Fragen, die du dir stellen solltest. Ja, das wären ganz viele wichtige Punkte. Ich hoffe, dass du da schon einiges mitnehmen konntest. Und jetzt kommen wir einfach zu den paar Tipps, die ich noch habe für Mieter und dann für Vermieter. Fahren wir mit dem Mieter an. Das allererste ist, dass ich dir empfehlen würde, dich bei einer Baugenossenschaft anzumelden, weil es da richtig günstige Wohnungen gibt. Ich habe mal gehört, dass bei manchen muss man den Boden wischen, einmal die Woche oder so. Ich persönlich würde das dann machen für den Preis, den man da bekommt. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, das habe ich bekommen. Ich bin natürlich angemeldet und wollte eine kleinere Wohnung haben. Und man sieht hier sind es 62,8 Quadratmeter, das ist mir zu viel. Aber die Kaltmiete 315. Ich zahle aktuell 420. Wenn man natürlich noch meine Mieteinnahmen von Keller und von Stellplatz abziehen würde, was ungerecht wäre, weil hier ist nämlich auch noch ein Keller vorhanden, dann wäre ich halt ungefähr 50 Euro teurer. Also es ist nicht ganz so viel Unterschied. Die Quadratmeter sind auch ziemlich gleich. Aber gut, wie gesagt, ich kann hier eben auch noch ein Dachbodenabteil vermieten, weil der ist auch noch dabei. Ein Balkon ist dabei, eine Diele. Also man hat wirklich viele Sachen. Ein einziger Nachteil vielleicht, man muss Geschäftsanteile kaufen. Dafür hat man den Vorteil, dass die keinen Eigenbedarf anmelden. Das heißt, du bist sozusagen so sicher wie Eigentum, aber hast nicht die Verpflichtungen und nicht den Kapitaleinsatz. Und das finde ich einfach eine super Sache. Und bin, wie gesagt, schon seit, ich glaube, zwei Jahren angemeldet. Und sobald da eine gute Wohnung kommt, werde ich auf jeden Fall ausziehen und da mir so eine günstigere holen, weil ich das super finde. Also das ist der erste und der beste Tipp, weil du meldest dich an und bekommst halt solche Angebote. Und dann kannst du sagen Ja oder Nein, beziehungsweise musst du nur Ja sagen. Nein sagen musst du gar nicht, sondern schreibst einfach nicht zurück. Und dann bist du so im Topf. Und normalerweise ist es so, je länger du dabei bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was bekommst. Und ja, das finde ich einfach eine super Sache. Der nächste Punkt ist natürlich, dass du deinen Keller, deinen Stellplatz und auch ein Zimmer vermieten kannst bei Airbnb. Das ist natürlich die Schmackssache. Dann könntest du noch einen Arbeitsplatz einrichten, wenn du halt einen verschlossenen Raum hast. Soweit ich weiß, braucht man eine Tür. Ich habe jetzt hier nur einen Tisch in meinem Wohnzimmer stehen und dadurch kann ich das bei der Steuer nicht absetzen. Und wenn du natürlich zu Hause arbeitest, ist es sinnvoll, sich so ein Arbeitszimmer einzurichten, um damit einfach wieder Steuern zu sparen. Wenn du jetzt natürlich eine mega Ausrüstung kaufen musst und der Arbeitgeber zahlt dir das nicht oder bist halt selbstständig, ist es natürlich ein bisschen nachteilig. Aber im Großen und Ganzen kannst du da von den Steuern dir was zurückholen. Dann kannst du natürlich alle Fenster abdichten. Habe ich jetzt vor kurzem gemacht. Da sind doch ganz schön alte Dichtungen drin. Ist ja klar, die sind ja schon über 20 Jahre alt. Es ist kein Wunder, dass die nicht mehr so gut abdichten. Und das war, glaube ich, eine ganz sinnvolle Entscheidung. Dann gibt es noch die Option, dass du dir ein Balkongraftwerk zulegst. Das habe ich selbst auch gemacht. Habe auch schon ein Video gemacht, wie das funktioniert. Und meinen Erfahrungsbericht findest du auch. Leider bei mir nicht so gut, weil die Eigentümer nicht einverstanden sind, dass man am Balkon was draußen hinhängt. Und deswegen darf ich das leider nicht und habe somit weniger Ertrag. Aber im Prinzip, wenn es möglich ist, kannst du dir ein, zwei, sogar auch drei Platten bei dir hinhängen und an die Steckdose anschließen. Und schon bekommst du Strom und kannst da Geld sparen. Das waren jetzt meine besten Tipps für Mieter. Du kannst gerne deine besten Tipps unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Jetzt kommen wir zu den Tipps für Eigentümer. Du kannst erst mal alles vermieten, was möglich ist. Im Endeffekt Keller, Dachboden. Du kannst dein Dach sogar vermieten. Einerseits für einen Funkmasten, andererseits auch für Solar, soweit ich weiß. Gibt es da auch einige Optionen. Deine Wände kannst du für Werbung vermieten, genau wie die Zäune. Also du kannst wirklich viel vermieten an deinem Haus, was dir extra Geld bringt. Du musst halt das rauspicken, was dir am besten gefällt. Ganz wichtig. Du kannst auch Mietflächen schaffen. Ein Strebergarten, ein Stellplatz, eine Garage, eine Lagerbox kannst du dir hinstellen und die dann eben vermieten. Also da hast du echt sehr viele Optionen als Eigentümer. Du kannst auch mehr autark sein, indem du eine PV-Anlage mit Speicher hast, dein Wasser reinigen lässt und es wiederverwendest. Zum Beispiel nur für die Klospülung. Also es gibt sehr viele Optionen, die man hat und die man auch umsetzen sollte. Als Bonus kann ich dir nur dieses Video empfehlen von mir und dem Kostenoptimierer. Da haben wir dir gezeigt, wie du aus Verbindlichkeiten, also aus Kosten, Vermögenswerte schaffen kannst. Also Einnahmen. Das ist eine richtig coole Sache. Zum Beispiel kannst du dein Auto vermieten, deine Kamera, einen Holzspalter und so weiter. Also man hat sehr sehr viele Optionen, die man machen kann und da kannst du auf jeden Fall viel Geld sparen, sogar auch noch mehr Geld einnehmen, als du ausgeben musst. Also das ist wirklich eine richtig coole Sache und ich hoffe, dass du jetzt einiges mitnehmen konntest in diesem Video und wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Wenn du persönliche Unterstützung für deine Finanzen brauchst, dann empfehle ich dir das Finanzgutachten von Marco und für mehr Geld und mehr Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.